Bis zu 80 Meter ragen die Kräne über der derzeit größten Baugrube Kölns und über den Festselten für die Grundsteinlegung des neuen Quartiers Messe City im Stadtteil Deutz. Mit dabei der Ankermieter, die Zürich-Versicherung. Wahre Liebe mit Goldstandard, wir legen den Grundstein heute und hier für einen wichtigen Meilenstein auch für die Zürich. Wir haben unglaublich viele Vorarbeit geleistet, insbesondere die verschiedenen Teams, die hier zusammenarbeiten müssen, um sowas überhaupt möglich zu machen. Der CEO der Zürich-Gruppe Deutschland, Markus Nagel, ist einer der ersten am neuen Standort. Spätestens 2020 sollen alle Arbeitsplätze im neuen Gebäude bezogen sein und die Mitarbeiter aus Bonn und Köln an einem gemeinsamen Standort arbeiten. Die neue Zentrale, ein Grund zu feiern, auch für die Lokalpolitik. Ich freue mich natürlich, dass hier in dieser Geschwindigkeit die Messe City entwickelt wird. Es kommt mir wie gestern vor, dass wir hier den ersten Spatenstich gemacht haben und heute die Grundsteinlegung. Es wird hier ein wunderbares Quartier entstehen mit qualitativ hochwertigen und interessanten Bürogebäuden. Acht Meter tief in der Baugrube versiegeln bereits Stahl und Beton den Boden. Darauf entstehen drei Gebäude für Zürich, die insgesamt 60.000 Quadratmeter Bürofläche bieten. Der höchste Turm, so hoch wie der Kran, wird 60 Meter über den Rhein ragen. Superlative, die zum Feiern einladen. Mehr als 250 Gäste, darunter viele Mitarbeiter der Zürich, tanzten zu den Songs der kölschen Kultband Querbiet. Oder ließen sich am Kran 45 Meter über die Partyzone heben, auf der bald Büros, ein Hotel, unzählige Geschäfte, Restaurants und Bars stehen werden. Und mittendrin die Mitarbeiter der Zürich-Versicherung in Feierlaune. Super Veranstaltung, sehr viele Leute, viel mehr als ich erwartet habe und super Stimmung. Ich finde es genial. Es ist einfach eine grandiose Sache, dass wirklich zwei Standorte zusammenkommen und dass es hier stattfindet. Und auch die Art und Weise, wie es gemacht ist, ist absolut toll. Jetzt, wo der Grundstein gelegt ist und wir halt auch immer auf die Baustelle gucken können durch die Webcam, hat man halt viel mehr das Gefühl, so jetzt geht's los, es ist bald soweit. Und ja, das macht halt diese Aufbruchsstimmung. Ja, dass es einfach ein modernes Gebäude ist, wo wir alle unterkommen können und wesentlich besser zusammenarbeiten können, finde ich fantastisch. Und natürlich der Ausblick ist auch super. Also sieht alles sehr gut aus. Und bis 2020 wird es noch viel besser. Dafür sorgen auch die fleißigen Kleinhelfer der Rheinmetropole. Die Heinzelmänner sind bereit für den Umzug von Bonn nach Köln.